Oh Mann, Freunde, ich habe den Shop um wenige Minuten verpasst, um genau zu sein, um zwei Minuten. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, es tut mir auf jeden Fall unnormal leid. Sorry, Mori, Ole, 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 Lory. Ihr wisst ja, Freunde, manchmal schafft man es halt nicht, pünktlich, ne? Trotzdem habe ich mich nicht spoilern lassen, ihr könnt auf jeden Fall gerne meinen Support-Credit-Code eintragen. Lasst einen Daumen da, vielleicht auch ein Abo, wenn ihr Bock drauf habt und Freunde, folgt mir gerne auf Instagram. Wir schauen jetzt in den Shop, let's go! Und was haben wir bekommen? Hallo? Oh, hey, 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 okay, hey, 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 oh, oh. Oh, okay, wir haben einen neuen Skin am Start. Interessant, fangen wir hier drüben an. Sonderangebote, die ganzen Patrioten-Skins und der Marvel-Skin sind immer noch da. Alles, was ihr hier auf der rechten Seite seht, außer der Marvel-Skin, sind alle über ein Jahr nicht mehr im Shop gewesen. Das bedeutet, ihr solltet auf jeden Fall zuschlagen, wenn ihr natürlich darauf aus seid, seltene Skins oder sonstiges zu haben, ne? Ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt rüber. Hier im täglichen Bereich sieht es auf jeden Fall jetzt nicht so krank aus, würde ich jetzt mal sagen. Also, da ist jetzt nichts Besonderes so am Start, so auf den ersten Blick. Aber wir schauen uns das einfach mal nach und nach an. Also, fangen wir hier mit dem Elektro-Shuffle-Emote an. 800 V-Bucks, war zuletzt vor 18 Tagen drin gewesen, 50 Mal insgesamt im Shop. Holy Shit, Digga, wie oft der schon drin war. Krank. Raufbolden haben wir jetzt hier am Start. War zuletzt vor 1200 V-Bucks, nicht 1200 Tagen. War 33 Mal im Shop und zuletzt vor 6 Tagen drin gewesen. Warum kommt ein Skin wieder rein, der vor 6 Tagen drin gewesen ist? Komisch. Naja, weiter geht's. Wir haben den Zaubermacht Gleiter, äh, Gleiter, Mann, was ist heute los mit mir? Zaubermacht Spitzhacke. Gibt zweifelig eine Version, einmal Eis, einmal Feuer. War zuletzt vor 25 Tagen drin gewesen und 14 Mal im Shop. Dann geht es auch schon weiter. Wir haben hier den Zusammenreißer-Emote. 200 V-Bucks, war zuletzt vor 20 Tagen drin gewesen und 16 Mal im Shop. Dann gehen wir hier rüber zu Skorpion. Skorpion war zuletzt vor einem Monat drin gewesen und 28 Mal insgesamt im Shop. Die war auch echt schon oft im Shop, ne? Dann gehen wir am Wasser gebaut, zuletzt vor 22 Tagen drin gewesen und 23 Mal insgesamt im Shop. Kommen wir zu der linken Seite. Hier haben wir die ganzen Clown-Skins erhalten, wie ihr gerade sehen könnt. Die Clown-Skins waren zuletzt vor 33 Tagen drin gewesen, 16 Mal im Shop. Diesen Rücken-Accessoire feiere ich unten nochmal. Bei dem, den Skin feiere ich nicht und Rücken-Accessoire muss auch nicht sein. Da würde ich eher die weibliche Version eher kaufen. Natürlich haben wir auch nochmal den Quietscher. Auch geile Spitzhacke, 1500 V-Bucks. Dann gehen wir jetzt hier rüber, Freunde. Heute haben wir einen legendären Gleiter. Gleiter, äh, ne Gleithai erhalten, wie ihr sehen könnt. Ist ein Surf-Hänge-Gleiter. Das bedeutet, ihr steht oben drauf. Ist mir aber leider ein bisschen zu teuer und ich feiere solche Art von Gleitern nicht. Die verwirren mich irgendwie ein bisschen. Dann gehen wir hier rüber. Hier haben wir wohl zwei neue Skins. Ihr seht einmal entspannte Beißerin, die mega cool ausschaut. Feiere ich so von der Optik her. 1200 V-Bucks. Rücken-Accessoire ist mega nice. Also auch echt geil gemacht. Äh, die werde ich mir auf jeden Fall safe gönnen. Äh, gefällt mir auf jeden. Wurde sich hier gesneakt. Dann haben wir nochmal gemütlicher Beißer. Der ist jetzt nicht so nice. Wobei das Rücken-Accessoire mega cool ist. Ich glaube... Na, ich weiß nicht. Ah, doch. Komm, ich hole mir den. Und das Rücken-Accessoire ziehe ich dann dazu an, zu dem weiblichen Skin. Das wäre, denke ich mal, ein unnormaler Drip. Dann haben wir auf jeden Fall High-Puddle. Das ist jetzt nicht so cool. Das kaufe ich mir jetzt nicht. Und, äh, Lackierung geht. Ist interessant, aber ist auch nicht das Beste. Soviel auf jeden Fall dazu. Eure Meinung natürlich gerne unten in die Kommentare bezüglich der neuen Sachen. Ich bin aus Versehen wieder in den Battle-Royale-Modus gegangen. Miese Zeiten, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich im Red-e-die-Welt-Modus. Und dann zeige ich euch, was für ein Lama wir erhalten haben. So, Leute. Im Lama-Shop haben wir heute das Super-Anhänger-Lama. Was sich in dem Fall für mich theoretisch lohnen würde. Aber ist schon teuer. Hat einen mythischen Charakter. Wenn ihr aktiv spielt, okay. Aber ansonsten lasst die Finger davon. Hier ist weiterhin alles gleich geblieben. Und das war das mit dem Shop-Video gewesen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen. Dafür ist es nicht so, wenn ihr den Glockenzt aktiviert. Ich wäre dann mal raus. Haut rein, geht bitte für eure Frags. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.